Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in diesem neuen Star Stable Online Video. Das ist ein Gutscheincode und zwar für den Code Open House Blue und Open House Red. Diese zwei Codes sind für auch nicht Star Rider verfügbar und es gilt für bis zum 31. August und dafür bekommt ihr diesen Set hier mit blauen Schleifen und eine blaue Tasche und dann bekommt ihr dasselbe Outfit auch in Rot und das sieht ungefähr so aus und ja, ich finde es eigentlich ganz süß und ja, es passt auch zu meinem Pferd und ich würde mal sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, tschüss!